. . ... nennt er sich, der ist verheiratet, aber der macht diese Enkelkind-Betrüge, also der gibt sich als Enkelkind raus und verarscht ihn als Leute und so bekommt er das ganze Geld und dieses Geld spendet er immer Sarah. Und dann meinte Sarah irgendwann mal zu mir und Gülo, ja 70% geht an TikTok ab, ist voll unnötig, dass er mir Sachen spendet, deshalb geht die auch seit Tagen nicht live, weil der ist die ganze Zeit mit dem und der gibt ihr die ganze Zeit so das Geld. Der hat aber eine Frau, seine Frau trägt Kopftuch und wo Sarah und Gülo in Berlin waren, waren die mit diesen Spender, waren die dann in einem Club und dann kam die Frau mit Kopftuch vor dem Club, die hat auch Sarah angeschrieben, aber Sarah ist das egal, dass er verheiratet ist, weil die meinte selber so zu mir, ja sein Geld hört nicht voll an und so. Also alle sind geldgeil. Den Menschen, die ist krank, Bruder. Gestern noch habe ich von ihrer Mutter eine Nachricht bekommen, ist meine Tochter mit dir? Nein! Weißt du was ich meine? Sag ich nein, deine Tochter ist nicht mit mir, Alter. Die waren alle drei in Berlin in Hotels, alle drei, und haben mit ihren Sponsoren gef***t. Für Universum, Löwe und Nägel machen. Was geht ab, Leute? Lejanko hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, was geht's jetzt schon wieder ab, Alter? Was habt ihr mit dem letzten Video wieder angerichtet? Ich küsste auch eure Augen, euer Support ist in der letzten Zeit richtig krass. Ja, auch auf Instagram und sowas, was für Nachrichten ihn mir schickt. Und da hat sich auch eine gewisse Person gemeldet. Also, was wirklich so in der letzten Zeit auf TikTok, vor allem mit TikToker abging, ist wirklich schon hart. Ich will nicht um den heißen Brei reden, meine Freunde. Genießt das Video, besorgt euch Cheaps, Meeps, Neeps, Popcorn. Lehnt euch zurück, macht euch einen Kaffee, trinkt Energydrink oder was auch immer. Lehnt euch zurück, ganz rahat, rahat, und gebt euch das Video. Ich küsse eure Augen. Dankeschön für euren Support. Warte ich reden, dann haben wir hier Fitnessstream. Weißt du, ne? Also halt dein Maul und friss dein Essen, Alter, am besten. Friss einfach und halt dein Maul. Okay? So. Papka. Jani, sie droht ihm. Sag doch endlich, ja, dass du und Bikir eine Liebe vortäuschen wolltest, dass sie angeblich zusammen seid und somit Bikirs Comeback planen wolltet auf YouTube. Erzähl doch endlich. Soll ich euch auf die Springer helfen? Ich schwöre auf alles. Gewinnst du diese Runde 500 Backpfeifen? Komm jetzt. Du hast so lange nichts mehr gespendet. Wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Wo bist du? Junge, du undankbarer Besen. Wer ist verpflichtet, dir überhaupt irgendwie Geld zu geben? Was gibst du denn? Was machst du denn? Ja, ne, was machst du damit, die dir Geld spenden sollen? Außer dich selbst anmalen und so weiter. Ey, wie undankbar kann ein Mensch sein, ja? Was ist das für ein Mensch? Ich bitte euch, ja? Dann gibt's wirklich noch dumme Menschen, die ich spenden. Ne, Bruder, ich glaub's nicht. Boah, ich glaub's nicht. Ne, noch leichter kann man ja kein Geld verdienen, Bruder. Ja, ich bin psychisch krank, das weißt du. Du weißt, dass ich psychisch krank bin. Deswegen hör auf, so zu machen. Nix kann er doch. Ne, warum machst du dann den scheinheiligen Move? Ähm, dass du sie nicht so nennen soll? Du Orus. Oder, dass du die, du sollst sie nicht nennen. Die schickt mir gerade Geld. Nenn die doch nicht so. Wie ist aber eine Orus? Wie nennst du alle meine Leute? Hat mal deine Fresse. Okay, du hast 1000 Punkte. Warum redest du? Hol dir doch Redebedarf, hol dir doch Rederecht. Hol dir doch kurz Rederecht, dann können wir doch weiterreden über das Ganze, oder? Friss dein Essen und pass auf, dass es dich in deinem Hals stecken bleibt, du kleiner Hund. Weißt du, was ich meine? Friss einfach. Er lässt sich Hund nennen, macht noch allen Ernstes Business mit ihr, ja. Lambecki, du bist wirklich ein Hund, ja. Unglaublich. Ja, du bist mehr Hund als Hund, Bruder. Das ist schon krass. Wenn man das schafft, ist krass, Bruder. Allah, sie nennt ihn Hund, macht ihn zum Hund. Er sitzt da und sagt einfach gar nichts, Bruder. Ja, nee, Bruder, ist das dein Ernst? Würde ich meinen Hund, mein Hund Pablo, würde ich den Hund nennen? Bruder, der würde mir eine Schelle geben. Und genieß die Show. Halt doch mal dein Maul, Digga. Ich nenne deine Leute, wie ich will, Digga. Ist einfach so. Was willst du machen? Papke ist sowieso leer. Egal, was ich zu dem sagen werde. Wallah, er wird dich nicht zum Führer. Er wird dich nicht gewinnen lassen. Wird er nicht. Servo, danke, Bruder, für deinen Puzzle, ja. Mal gucken, ob sie dir so viel gönnt. Wer? Ja. Die wird gleich rausgehen. Die ist SEB geil. Bruder, warum nicht rausgehen, Bruder? Bock mich nicht, Bruder, Bock mich nicht. Bin ich für sie live oder was? Ich bin doch für mich live, Alter. Bock mich das, ja? Jeder soll rausgehen, wie der will. Papke, Kairo, danke euch, Jungs. Was soll ich rausgehen? Servo, was soll ich rausgehen? Warum brauchen jetzt echt jemanden, der... Das ist so geil mit anzusehen, ne, dass dir gefühlt niemand mehr was Großes spendet. Ich schwöre auf alles. Das ist so ein Frieden, ne. Du glaubst gar nicht, was innerlich bei Menschen abgeht. Du, 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 Junge, das ist so schön anzusehen, wie du betteln musst, so. Das ist krass. So dieses Feeling, ne, so, keine Ahnung, so dieses, dieses Betteln auf TikTok. Erst flexen mit Geldschein, sagen, dass angeblich irgendwelche Boys in deinen DMs leiden und dir alles spendieren. Junge, das ist so geil zu sehen jetzt, dass dir niemand was Großes spendet, ne. Junge, das tut meiner Seele so gut, ne, du glaubst gar nicht, Alter. Ist nicht so, dass ich ein Nichtsgönner bin oder so, ne, aber ihr wisst, was ich meine. Es schadet damit 14-, 15-jährige Menschen, die die Kreditkarte von ihren Eltern entleeren. Ich schwöre auf alles, es gibt sogar Beweise. Jemina Durum, es gibt Beweise, die Kinder mir geschrieben haben, dass Gülou zu denen meinte, ey, nimm einfach Kreditkarte von deiner Mutter, nimm PayPal von deinem Vater, so spende mir einfach, ich geb dir das dann nächsten Monat zurück. So eine Taktik machen die mit jüngeren Menschen, Bruder. Deswegen gönne ich es ihr, dass ihr keine großen Spenden mehr bekommt. Die muss mal wieder auf den Boden gebracht werden, im Besenkopf. Was sind eigentlich diese Strähnchen? Wallah, steht dir nicht. Du siehst aus wie Seth Rollins am Monat. Der hat einen Alpha drinnen und einen Jason. Jason hat einfach seine 48.000 Abonnenten gekauft, Lan. Wallah, er hat sie gekauft? Jason, zeig mir jetzt deine Liste bei Instagram, wer alles deine Story anguckt. Deine Yenker, deine These und dein Änigster. Wallah, Billah, mehr nicht. Wallah, Billah, mehr nicht. Wer guckt deine Story an, Lan, Alter? Du bist ein Nobody-No-First, bei Gott, Alter. Bei Gott, du kannst gerade nicht... Schick doch mal eine Geldpistole. Komm, schick mal eine Geldpistole. Jason, wir warten auf eine Geldpistole gerade, oder? Hä? Oh, Jason, bist du broke? Oder wartest du auf die Malzwei, hä? Lan, du hast deine Fresse angemalt, damit du Spenden bekommst. Wer ist broke, Lan? Bei Gott, ne? So wie du Geld verdienst, das muss verboten werden. Je mehr du rum, das muss verboten werden. Das ist schlimmer als Casino, Bruder. Je mehr du rum, das ist schlimmer als Casino. Dass du ein bisschen sparen kannst. Ach so, okay, Jason. Also Jason und Alfa warten auf die Malzwei, Leute, weil wenn die vor der Malzwei spenden, werden die natürlich... Die werden ja broke, Leute. Die werden ja broke. Mal gucken, ob du dir fünf Rosen schaust, mein kleiner Eri. Mein 18-jähriges Baby. Komm. Mein 18-jähriges Baby, was du bist. Komm. Mein 18-jähriges Baby. Komm und zeig mir deine Gummibärchenbande. Komm her, Alan. Komm. Ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Wir werden dich auffressen, nennen wir dich jetzt. Malzwei jetzt. Jason, ich warte auf dich, ne? Ich warte auf deinen... Ich warte auf deine Coins. Ich warte auf deine Coins. Und Alfa bei dir auch. Ich hab 800 Punkte, ne? Schämt euch mal. Haha. Junge, ich hab 800 Punkte. Oh mein Gott. Wallah. Leute, ich glaub, die sind leer, Leute. Leute, ich glaub, die sind leer. Malzwei jetzt. Leute, alle zusammen. Die planen vorher auf WhatsApp, dass die sich gegenseitig ihre Community provozieren, damit die Leute sich gegenseitig was spenden. Weißt du, was ich mein? Ja, die beleidigen sich gegenseitig. Denkt mal nach. Ja, ne? Die planen hinterrücks, privat auf WhatsApp, euch beleidigen zu lassen. Denkt mal nach. Ja, ne? Eure Community. Ja, ne? Ihr werdet komplett verarscht. Ne? Ich will doch nur eure Augen öffnen an diese Supporter von Gülo. Die verarschen euch. Wallah, die verarschen euch. Jemen, die verarschen euch. Alleine schon, dass die euch beleidigen lassen? Lamm, was ist das denn? Junge, soll einer trauen? Nimm mir irgendwen zu beleidigen. Bruder, euch wird durchdrehen. Ja, ne? Wer seid ihr? Wer seid ihr, dass ihr euch gegenseitig, vor allem eure Community, die euch tagtäglich was spenden? Wie könnt ihr die beleidigen lassen? Und das auch noch geplant so, ne? Leute, ich glaub, die sind leer und die wollen ihn am Ende schicken. Wallah. Wallah, Leute. Jason, dieser kleine Hund, Digga, der kann nicht mal seinen Tank heute zahlen. Der Tank ist ein Mercedes mit 10 Euro. Kennt ihr diese Männer, Leute? Die holen euch ab und so. Ilias, 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 wir verlieren gegen ein 18-jähriges Kind. Ich schwöre auf meine Mutter, Ilias. Wir verlieren gegen ein 18-jähriges Kind. Die spielen mit Busa diese elenden Aries, Leute. Diese elenden Aries. Mila nicht gesehen. Nimm mal Luft. Beruhig dich. Papa Jason ist doch da. Nimm mal Luft. Halt deine Fresse mit deiner Fresse. Also auch an diesen Ellen. Jeder, der mit Gülo live geht, ne? Ich kenn dich zwar nicht. Ne, ich kenn dich zwar nicht. Aber jeder, der mit Gülo live geht und diese Masche abzieht, ne? Die sollen einfach meine Genki-Dama-Eier sauberlegen. Ich sag dir so, wie es ist. Denn jeder, der sich mit einer Gülo verbindet, ne? Und Business macht. Business, ne? Business. Ah, Mann, da können die ständig vor Kamera schämen sich nicht mal, malen sich eine Brille auf den Kopf. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Würde ich das machen? Ich hab ja auch noch eine große Familie, Bruder. Ich hab Cousins. Ich hab ältere Cousins. Ich hab Onkel, dies, das. Junge, ich sag dir so, wie es ist. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Nächstes Stream. Ich wär mit blauem Auge. Gebrochener Arm. Die würden mir so in die Eier treten. Ich hätte Rührei, Bruder. Weißt du, was ich meine? Meine Eier werden einfach Matsche. Und ihr traut euch noch so zu sein. Ihr habt doch auch nicht schon Familien, ja? Okay, bei Gülo ist eine andere Sache. Aber die wurden schon abgeschlossen von Familie. Aber du, Bruder? Ihr habt doch eine Familie, ja? Die männlichen Leute, die mit Gülo kooperieren. Ihr habt doch alle eine Familie. Ich küss doch eure Herzen. Wallah, ich will euch nicht böse werden. Wallah, ich will nicht böse auf euch werden. Aber das, was ihr macht, ist nicht richtig, Bruder. Und das versuche ich euch zu erklären. Also, sie flext mit Geld, was Kinder ihr spenden. Wallah, das tut so weh mit anzusehen, Bruder. Die denkt wirklich dann auch, die ist KDB. Die nimmt Geld und flext damit. Lann, das haben die kleinen Kinder gespendet. Wie kannst du dich da hinstellen und auch noch stolz darauf sein? Die flext mit Geld, Bruder. Ey, die flext allen Ernst mit Geld. Allein schon, dass du als Frau da sitzt und mit Geld so wedelst und so. Lann, wer bist du? Wallah, was denkst du, wer du bist? Jetzt sag mal ehrlich, in was für einem Film bist du? Du bist keine amerikanische Rapperin. Du bist nicht KDB oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Du bist nicht Nicki Minaj. Du kannst nicht mal deren Zehennageln sind. Direkt unter Zehennageln kannst du nicht mal von denen sein. Was versuchst du da? Würdest du dein Geld wirklich mit Ehrenstolz verdienen? Jemine Durum. Ich würd's dir gönnen. Wallah, vielleicht, ich würd's dir gönnen. Ich würd's dir gönnen und sagen, Maschallah, krass. Aber wie du da die Art und Weise, wie du es machst? Du vermittelst falsche Werte. Du zeigst den Leuten ein Leben, was du selber nicht mal lebst. Weißt du, was ich meine? Du lebst dieses Leben nicht. Du hast kein Geld. Du bist im Mietrückstand. Hör auf, den Leuten irgendwas zu zeigen, was du nicht hast. Wallah, nein. Kein Boy, der vergeben ist, ist in deinen DMs oder slidet in deinen DMs. Wallah, sogar nein. Du lebst da in deiner eigenen Blase. Komm mal raus aus deiner Matrix, Alter. Komm mal wirklich raus aus deiner Matrix und werd endlich ein Mensch, Alter. Und wen willst du eigentlich beeindrucken mit deinem Geld, was du selber mit Haargummi gebunden hast? Ja, ne. Wem willst du damit beeindrucken? Ne, jetzt mal Hand aufs Herz. Wem beeindruckst du damit? Jetzt mal wirklich, ich will wirklich wissen, wem beeindruckst du damit? Du bist im Mietrückstand. Zahl deine Schulden. Kalb. Oh, so diese TikTok im Öffentlichen, ne. So cringe. Die denkt auch, die ist geil, ne. Wallah, die denkt wirklich so, die ist von sich voll überzeugt, Bruder. Ich schwöre, weiße, die ist von sich selbst richtig überzeugt. Als wäre die voll krass. Oder Wallah, die denkt wirklich so, die ist wunderschön. Die denkt wirklich so, die ist Peach von Mario. Du bist vielleicht Peach, aber nicht Peach von Mario. Weißt du, was ich meine? Jao, geh arbeiten. Ich küsse doch deine Augen, Güllo. Geh arbeiten. Welcher Mann will dich so, ja? Welcher Mann will dich so? Vielen lieben Dank. Ich würde... Milo und Princess Girl, ich küsse eure Herzen. Vielen, vielen Dank, Freunde. Bitte. Gönnt mal, einmal ein bisschen. Wisst ihr, damit wir ihn mal ein bisschen auseinandernehmen. Princess Girl, ich küsse doch deine Seele. Vielen, vielen Dank. Alle zusammen, Leute. Lack, ich schwöre auf meine Mutter, warum zeigst du mir sowas? Bruder, du weißt doch, dass dieser Typ leer ist. Hier ist Princess Girl. Komm. Alter, was ist mit deinen Leuten los, Alter? Bro, hör mal auf, so ganze Zeit live zu gehen. Du schießt die Leute leer, Mann. Dann haben die Leute auch keinen Bock mehr zu schießen. Ist so. Princess Girl, bitte pass auf. Bitte pass auf. Ich habe keine Lust, noch eine Runde zu verlieren. Ja, wir haben gewonnen, Alter. Princess Girl, was soll drauf? Princess Girl Milo Booster. Princess Girl Milo Booster, was soll drauf? Princess Girl. Ein Wort oder etwas malen. Dankeschön. Ich kenne das, Alter. Wie viel Männleck, Tante. Der hat kein Parapherp. Er hat kein Parapherp. Er hat kein Parapherp. Er sagt, sie hat kein Parapherp. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich will Politiker werden, Bruder. Ich schwöre auf alles. Ich will Politiker werden. Erste Gesetz, was ich einführen werde, ist, TikTok-Spenden müssen verboten werden. Bei Gott. Wallabilla, das ist kriminell, was sie machen. Das ist kriminell. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Sie zwingen die Menschen zu spenden, Bruder. Sie zwingen Resmen, die Menschen zu spenden. Und dann nennen die diese Menschen und Penner und so. Du malst dich an. Mit deinem Auto malst du dich an. Die machen einfach schlimmere Sachen als Casino. Das ist meiner Meinung nach schlimmer als Casino. Die ruinieren das Leben von jüngeren Menschen. Bruder, ist das so? Ist das die Wahrheit? Casino kommst du ja nicht rein unter 18, glaube ich, oder? Das ist das moderne Casino, was die machen, Bruder. Ich schwöre auf alles. Da sind 13, 14, 15-Jährige, die ich spenden, Bruder. Oder ihm spenden. Später gucken die Eltern auf Bankkonto Minus an. Was ist das, lan? Wo ich nicht. Wo ich schüsse kein Mann an. Was ist das denn? Kebo, warum bist du mir... Kebo! Kebo! Kebo, warum bist du mir entfolgt? Sei ehrlich? Was hab ich dir getan? Ich schwöre auf meine Mutter. Das ist der Baby-Löwen-King. Bei Allah soll jeder kommen. Kebo, warum bist du... Kebo, hast du eine Freundin? Bruder, hast du eine Freundin? Warum bist du mir Bruder? Wallah, ich hab dir noch gar nichts gemacht, Bruder. Mary. Mary, wenn du mit mir spielst, wenn du... Oh, Flava! Was geht? Flava! Flava hat sein Team jetzt geklaut. Mal sehen, was jetzt abgehen wird. Jetzt könnten wir theoretisch dich A-N-A-L nehmen. A-N-A-L. Okay, kann sein, gestern Nacht... Und gestern Mittag war deine Zeit. Aber jetzt, Alan, jetzt kommen langsam meine Leute rein. Und jetzt wirst du... Jetzt wirst du Knäckebrot fressen. Du wirst nur noch Knäckebrot wirst du fressen. Hast du verstanden? Mein 18-jähriges kleines Baby. Sag, was denkst du dir eigentlich? Kommst du auf TikTok, denkst du hast ein paar Spender, denkst du bist... Keine Ahnung... Brad Pitt? Du bist ein Nichts... Okay? Du bist ein Nichts... Aber manakoy, mach beide das gleiche, als du bist du genauso Nichts. Ey, Ribayo, Alter. Ich schwöre, ich kann mir das nicht mehr freiwillig anschauen. Das tut mir weh, Bruder. Mein Gehirn kriegt keinen Sauerstoff mehr. Ich sag's dir so, wie es ist. Mein Gehirn kriegt wirklich keinen Sauerstoff mehr. Ich werd langsam dumm. Ich glaub, ich muss mal langsam auf TikTok live gehen und die ganzen Leute mal wirklich fertig machen, Bruder. Der reicht auch, Mannach. Keine Ahnung. Du famegeiler Ars. Du famegeiler Yarake. Tobi und Julien. Ey, vergisst Julien nicht, ne? Wallabilla, das Mädchen mag dich gar nicht. Die hat gesagt, halt deine Fresse. Du sollst ja im Maul halten. Du checkst das nicht, ne? Wenn sie sagt, dass du... Ey, komm her, komm her, Wallabilla. Komm her. Hast du deine Brille gemalt? Der hat's wieder gewonnen, ne? Ich hab mich abbrechen lassen. MAKKRIGER! Ich glaub, der braucht's auch Kurde, Wallabilla. Der schreibt Javi mir. Kleiner Hund hat Kopfschmerzen. Der sieht doch so aus wie ein Kurde, Wallabilla. War es eine Brille, Junge? Was soll das sein? Max, ging? Hallo? Du musst doch die Schaltergetriebe machen hier. Ja, genau. Küsst Meadow seine Hand. Julien schreibt, war's zu spät, sorry. Egal, Julien. Du hast kein Geld, du Harz. Du bist lebt 17 an. Versuchst du dich grad wirklich mit einem kurdischen Bruder Meadow zu messen, oder was, ja? Du kannst mich verarschen. Die hieß auch Tobi, ne? Halt mal deine Fresse mit deinem Tobi. Mein kurdischer Brass, mach dir niemand was, Junge. Niemand. Kommt. Kommt, 100 Punkte. Wer fehlt auf Frieden? Zeig mal. Zeig mal deine Leute. Ey, Meadow, was soll auf ihr Gesicht, Bruder? Was soll auf ihr Gesicht? Du weißt schon, wer. Du weißt schon. Bruder, ich sag doch, ja. Die sind kriminell. Wallabilla, die sind kriminell. Die zwingen einen 14-jährigen zu spenden, Bruder. Die zwingen jüngere Menschen zu spenden. Die zwingen schon so. Und normal, diese 13-, 14-, 15-jährige, die sind auch noch jung, naiv, dumm. Die wissen nicht, was sie machen. So. Weißt du, was ich meine? Die hören dann auf ihr Vorbild, ne? Vorbild. Wie kann man so einen Dreck als Vorbild nehmen? Aber egal. Die nehmen sowas als Vorbild und machen das dann. Und am Ende des Tages kriegen die dann Ärger von ihren Eltern. Weil dann auf einmal Konto, keine Ahnung, 200-200 Euro fehlen, Alter. Und 200-300 Euro sind viel Geld, meine Freunde. Vor allem für eine Familie, die Kinder haben. Vertraut mir. Das ist sehr viel Geld. Auch wenn das für den einen oder anderen heutzutage nicht mehr viel Geld ist. 200-300 Euro, die dann im Monat fehlen für eine Familie. Das ist sehr, sehr viel Geld. Man hat Haus. Man hat Einkäufe. Man hat Kinder. Man muss Geburtstagsgeschenke kaufen. Man muss Weihnachtsgeschenke kaufen. Ja, nee. Man muss sehr viel bezahlen. So. Weißt du was? Das ist zu dieser Zeit sehr, sehr schlimm. Also kann es sehr, sehr schlimm sein. Ich will nicht wissen, wen ihr alles schon bankrott gemacht habt. So hat man ein bisschen Gewissen, ja. Hat man ein Gewissen. Aber gut, ey. Man scheint Laura kein Geld hat. Wieso gehen dann deine Leute mal raus? Meine Leute sind nicht raus. Ist so. Natürlich. Warum schickt aber diese Milo immer weniger, diese Elende? Wer die gerade Probleme hat mit ihrer Bank, hä? Hä, das ist doch nicht Schlimmes. Es gibt Level 40er, die gerade nicht aufladen können. Und jetzt? Junge, sie hat, sie ist im Dispo, Junge. Sie hat Kredit genommen. Verpiss dich mit der, Digga. Ist sie nicht. Hör auf zu müden, ist sie nicht. Junge, die ist im Dispo, Junge. Die hat Kredit genommen. Verpiss dich mit der jetzt, Mann. Die hat Kredit genommen, Digga. Verpiss dich mit der. Ja. Leute, sie sind zu... Ey, Lalla, ihr liked doch nicht mal mehr den Livestream, ja. Ja. Weil die dich im Stich lassen immer nur noch gelohnt. Heute ist... Heute, diese ganzen Maniacs, die haben alle keinen Parra bei dir. Schon wieder. Siehst du? Ja, ja, und? Macht doch mal was anständiges. Muss man in euren Stream reinkommen, um zu spenden, oder was? Ja, ne, wofür macht ihr dieses Stream? Wallah, wofür macht ihr dieses Stream? Wollt ihr die Menschen unterhalten, oder wollt ihr die ganze Zeit nur Geld verdienen? Arminakoy, macht doch gar keinen Spaß, Bruder. Ja, ne, wer schaut euch zu? Da müssen doch wirklich schon richtige Sondis sein, Bruder. Was für Sondis? Sondis sind doch schlauer als ihr. Ja, ne, tamam, bikir. Jeder einzelne Zuschauer von denen hat nicht vielleicht so viel Geld wie du. Aber weißt du, was die besitzen, was du nicht besitzt? Ehre und Stolz und Anstand. Und das kannst du dir nicht kaufen, mein Bester. Vertraue mir. Ich hab deine Rolle nicht, ne? Hey, rede nicht. Rede nicht. Alter, reichst du. Du hast genug gemacht. Hol dir bitte Redebedarf. Alan, Alan, das Spiel ist, wer führt da Frieden? Du weißt schon, ich hab 8.000 Punkte hier stehen, ne? 6.000 Punkte hast du. Guck mal, du hast meine Fresse angemalt, hast du. Sei doch leise, wenn ich anführen will. Guck, Lopez, danke schön. Sei doch leise, wenn ich anführen bin. Guck, Lopez ist hier, der will dich auseinander nehmen. Der will dich ein bisschen leiden sehen, ne? Keiner weiß, was passiert ist, du kleiner Eiri. Komm und spiel, Alan. Heul nicht, aber heul nicht. Okay, wenn Alpha diese Runde nicht nimmt. Frag ihn mal, warum er sein Level aus hat. Frag ihn mal. Damit man ihn nicht auslacht. Genau deswegen hat er sein Level aus. Alpha, du bist in meinen Augen sowieso. Hast du sowieso. Du hast genug gemacht, das stimmt. Aber du bist auch leer geworden. Jetzt wird der Zeitpunkt da sein, wo du jeden Runde verlieren wirst, Alan. Du wirst jede Runde verlieren. Es ist einfach so. Das ist die bittere Wahrheit. Guck, Lopez mit einem fliegenden Köpfeck, der aussieht wie du. Der aussieht wie du und Alpha und Jason. Wala, sie nennt ihn auch einfach Hund, ne? Sie nennt ihn Hund. Wir machen Business zusammen aber. Sie nennt ihn Hund und er hält seine Schnauze. Vor hunderte Zuschauer, die nennt ihn Hund. Und er ist auch noch ruhig. Meine Meinung nach, du bist dann wirklich ein Hund. Ich sag dir ehrlich. Du lässt dich von einer Gülo als Hund betiteln und machst noch mit ihr Business. Du bist immer noch drin und willst Geld machen mit ihr. Was ist das? Was ist das denn? Dann ist das auch noch trauriger, wenn ihr das wirklich auch noch plant, ne? Das ist geplant, dass sie dich Hund nennt. Das ist ja noch trauriger, Alter. Dann gibst du ja offiziell zu, dass du wirklich ein Hund bist. Also das ist wirklich schon traurig, Alter. Ich sag dir ehrlich. Oh mein Gott, er hat die Runde noch geholt. Bei Allah. Bei Allah, das ist nicht normal. Ich hab keinen Bock mehr. Das ist nicht normal, dieser Hund, ja? Ey, Lopez, dieser Hund hat schon wieder... Der hat schon wieder, ne? Dieser Hund ist schon wieder da, ne? Kannst du dir das Rohr stellen? Ey, oh mein Gott. Wala, wir haben 16.0. Dieser Lopez hat umsonst gespendet. Alfa, dieser Lopez spendet gerade gegen mich, ne? Bewusst. Und er verliert einfach jede Runde. Du ziehst den einfach aus, Bruder. Du hast ihn einfach insolvenzgeschickt, Bruder. Halt deine Fresse, lass ihn in Ruhe, Junge. Du hast ihn einfach insolvenzgeschickt, Bruder. Also du tust grad fünf, fünf... Du tust mir grad fünf gefallen, ne? Fünf Stück. Ja, jetzt mal ehrlich so, ne? Jetzt mal wirklich. Ich hab ne Frage an dich, Kilo, ne? Jetzt mal wirklich. Allah, das ist ne wirklich ernst gestellte Frage jetzt von mir. So, was machst du, wenn du wirklich mal... Also wenn der Tag mal kommen sollte, dass du keine Supporter mehr hast? Was machst du dann? So, ja, ne? Willst du dann wieder gegenüber von Altersheim im Hotel, äh, ja... Lochig geben? Oder was willst du machen? So, ja, ne? Willst du dann... Was willst du dann machen? Ey, was machst du dann wieder? So, willst du dann wieder Scheiße bauen? Willst du dann wieder Geld verdienen, was dir nicht zusteht? Ey, ey, was willst du dann machen? Willst du dann wieder Musikvideos mitmachen für 150 Euro? Verdienst ja mit einem Stream, weißt du, was ich meine? Ja, ne. Ich glaube nicht, dass du wieder Musikvideos für 150 Euro auf jeden Fall, äh... Ja, die Flöte blasen möchtest. Geht ja nicht. Warum willst du das machen? Kannst ja nicht mehr machen, Alter. Ist ja schon peinlich. Wurde ja schon exposed, Alter. Das ist schon schlimm. So, ey, 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 was willst du noch machen, du? Das ist nicht mehr witzig. Du tust mir leid. Dein Vater tut mir leid. Aber der Vater hat alles richtig gemacht, mit dem der sich rausgespissen hat. Bester Mann. Ich küsse deinen Kopf. Ich küsse deine Halbklatze. Jason schreibt, wo ist Milan? Aufladen. Fragezeichen. Wallah, der hat sich einfach blamiert, dieser Milan, ne? Der guckt bestimmt grad einen Fake-Account zu. Safe. Jason, der guckt safe mit Fake-Account zu. Glaub mir, Bruder. Zehn Sekunden. Komm, wir haben zehn Siege. Snipen. Snipen. Zehn... Zehn Sekunden. Snipen, Leute. Nicht, dass jemand snipet. Ja, dann muss ich umsonst was auf mein Gesicht hin und 1K Punkte. Es ist so hart. Es ist einfach hart, Gader. Es ist so hart. Es ist so hart, ne? Ich schwöre auf meine Mutter, Leute. Bitte, Leute. Leute, auf in die Rangliste, Leute. Bitte mach doch mal Welle, lo. Das ist peinlich. Deine Anne soll aufleihen. Deine Anne, ja. Schade. Deine Anne, ja. Bitte. Deine süße Anne. Jo, Anne, was hat jetzt seine Anne damit zu tun? Warum gehst du auf seine Anne? Wenigstens kümmert er sich um seine Anne. Nicht so wie du. Wallah, hör auf über andere, deren Mütter zu sprechen und die zu blidigen und so. Lass das lieber sein. Vertrauen mir mal. Endet nicht gut. So, dreimal. Loco, bitte. Einer soll. Ey, wo sind meine Multimillionäre? Bei Allah, wo sind meine Multimillionäre? Ich hab keinen Bock mehr. Wer war der erste, Leute? Was soll auf ihr gesehen? Jason. Jason und Alpha. Köpäck. Mabül. Ey, Mabül. Wallah, Billah. Ich kann nicht. Ey, komm mal deine Scheißfresse. Wer soll Mabül sein, dass du mir die ganze Zeit irgendwelche dreckigen No-Names erwähnt, ja? Erwähnt mir doch anständige Leute, Junge. Aber erwähnt mir doch irgendwelche Level 3er, Junge. Mabül. Wie? Noch nie in mein Leben gehört? Wallah, Billah, Mann. Was erwähnt ihr da? Das fang irgendwann mal ab, Leute, ja? Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich will seine Serie nehmen. Wallah, nicht böse gemeint an den Rechten, ne? Ich küsse deinen Kopf, aber mach lieber Ausbildung. Vertrau mir besser, Bruder. Und wenn du live gehen möchtest auf irgendeiner Plattform, dann ohne Gülo. Mach es, Bruder. Vertrau mir. Geh nicht mehr live mit Gülo. Mach dich nur kaputt, mein Bester. Vertrau mir. Ich küsse doch deinen Kopf. Hör auf mit der Scheiße. 18 Jahre alt. Du bist 23. Merk dir das. Was? Der wird dich bald einholen. Glaub es mir. Ob du willst oder nicht begehrt. Ja? Oder es ist doch okay, der schickt dir was. Ist so. Ist so. Ist so. Und Denny? Denkst du, Denny, wird dir jetzt noch was schicken? Sei mal ehrlich, Alan, danke dir. Denkst du, Denny, wird dir noch was schicken? Ob du denkst? Wallah hofft nicht. Wallah hofft nicht. Wallah hofft nicht. Gib mir 5 und ich geb mir, ich geb mir 100 Backweifen, gewinnst du diese Runde. La Merto, du hast mich verkauft, ne Merto? Ich schwöre, Merto, du hast mich verkauft, Wallah. Wallah, Wallah, du hast mich verkauft, gehst bei anderen streamer Spenden bei mir, spendest du gar nicht mehr, ne, Merto? Ich schwöre, schmeckt mir das, Merto, sag dir nur, ne? Schmeckt mir das. Du bist dann so lange bei mir, hast dich verpisst, alter. Ne? Und Denny, ich hab gesagt, Alan, Wallah, Wallah, was für ein Gönne, der Junge. Ich schwöre auf meine Mutter, Alan, ich küsse doch dein Herz. Wallah, ein Ehrenmann. Ich schwöre auf meine Mutter, auch wenn ich dich nicht mag, auch ein Ehrenmann. Denny! Ah, du kleiner Maniak! Ich hab gesagt, ich geb mir 100 Backpfeifen. Alan, ich küsse doch deine Seele, Wallah, danke. Und stell dir mal vor, du warst mit Alan live und er hat dich gefressen. 10-0. Ja. Wird mich einmal mehr passieren, dass ich mit dem Lasker. Denny, ich küsse den ersten Hörnchen. Ja, der rollt jetzt. Darf mal bitte auch dich schreiben, weil er hatte mal deine Fresse, Mann. Bruder, der muss dich nicht mal so wie die auch zum Affen machen, damit er überhaupt Spenden bekommt. Bruder, der hat mir keine Spenden. Sag mal bitte, was sie schreiben oder mal im Verhalten. Halt deine Fresse jetzt. Alan, was soll drauf? Danke dir, ne? Ich schwöre, danke dir. Wallah. Ich schwöre auf alles, Gülo, du tust mir leid. Ich überlege wirklich, eine Spendenaktion für dich zu machen, damit du mal wieder raus aus dem Mietrückstand bist, ne? Und dass du mal wieder pünktlich deine Miete zahlen kannst. Du tust mir wirklich leid, Alter. Guck mal, zu was für Mitteln du greifen musst, Bruder, um an Geld ranzukommen. Das ist doch wirklich schon traurig, Alter. Wer ist so meine Tochter? Oh mein Gott, Alter. Wie oft muss ich das bitte noch sagen? Junge, dich muss man wirklich erziehen. Ich weiß nicht, was man in der Erziehung gemacht hat. Man hat bisschen Ping-Pong oder so gespielt. Oder keine Ahnung, was man gespielt hat. Aber das hier, ne? Warst du ehrlich? Das ist wirklich schon krank. Keine Ahnung, diese Ohren, das ist weg. Hab ich dir gesagt. Ach, Alter. Wallah, was soll ich euch sagen? Ich brauche auf jeden Fall ein neues Stativ. Vier Rosen, vier Menschen. Jetzt. Vier Menschen, jetzt. Drei Rosen. Chat, drei Rosen. Chat, drei Rosen, Chat. Zwei Rosen. Jetzt macht die Rosen. Danni, knallt die mal weg an alle. Müsst ihr gut läuft. Danke, mein Bruder. Jembo, danke. Jetzt zusammen. Kann mir einer helfen? Kann mir einer helfen? Wallah, back. Danni, der hat nur so ein paar von Swimmer bekommen, Bruder. Danni an alle. Lass sie mal jetzt wegknallen, mein Bruder. Mal zwei jetzt, Leute. Wallah, was ist los? Ja. In mein Gott sind die drinnen. In mein Gott sind die. Was willst du machen jetzt? In mein Gott sind die. Was willst du machen? Willst du rausholen? Was willst du machen? Was ist denn? Jetzt war alles doppelt. Jetzt, 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 jetzt. Leute, mal zwei Chat, mal zwei. Leute, mal zwei, mal zwei. Leute, sogar ein Stream, sogar ein Stream hat mir gegönnt, Leute. Danni, du Hund, schick doch was rein, du kleiner Hund, was du bist. Hörte, mal zwei Leute, kommt, mal zwei Leute. Ich krieg gleich einen Neffenzusammenbruch, ne? Bei Allah, ich krieg gleich einen Neffenzusammenbruch. Danni, guck euch das an, die kriegt nichts. Danni, guck euch das an, mein Bruder. Ey, Lara, Bruder, ich krieg gleich einen Neffenzusammenbruch. Danni, du Hund, schick doch was rein, du kleiner Hund, was du bist. Danni, guck, du bist ein Hund. Jetzt spendet ihr weiter, Danni. Danni ist das Supporter von ihr. Müsst ihr euch mal vorstellen, das kann man sich doch nicht ausmalen, Bruder. Sie beleidigt ihre Supporter und die Supporter spenden danach noch an. Danni, du bist ein Hund. Alle ihre Supporter sind Hunde. Krass, Alter. Ja, Mann. Aber Danni, spende mal jetzt, du Hund. Spende immer jetzt, du Hund. Ne? Danach hat er ihr wirklich auch noch gespendet, Bruder. Ich werde behindert. Es ist weißer als meine Wand. Das ist krank. Das ist krank bei Allah. Das ist so krank. Ich schwöre. Ja, nee. Ich küsse deine Seele, Bekir. Wenn du so eine Community drin hast, mit so einer Kahpa, ist es normal, dass du nichts kriegst. Glaub mir. Völlig normal, Bruder. Mach dir nichts draus. Es wird immer besser und besser, vertrau mir. Irgendwann wird ein Multimillionär bei mir reinkommen und ich werde dem sagen, schick ihm ein Uni. Schick ihm ein Uni. Schick ihm ein Uni. Schick ihm ein Uni. So werde ich mit dem reden. Um dich Dispers zu bespekten. Weißt. Lara, was soll gleich drauf, Lara? Der wird dir nichts kriegen. Lara, der wird dir nichts kriegen, Lara. Was soll drauf, Lara? Ey, du musst eigentlich was schreiben, ne? Schreib Gülo. Schreib Gülo mit Herz. Schreib. Jarrack, du Geldgeile. Du gönnst doch niemandem was. Hauptsache, du bekommst das ganze Geld. Hör auf zu schwätzen, Karl. Irgendwann kommt ein Millionär und der soll dir dann spenden. Jarrack, Arme, Abkommen. Hör auf zu schwätzen, Alter. Irgendwann bist du die Geldgeilste TikTokerin überhaupt. Du würdest dir nicht mal einen Cent gönnen. Hör auf zu erzählen, Alter. Ansage. Dickste Ansage auf diese Zeno mit Kopftuch, die hier auf TikTok meint, dass sie ein Superstar geworden ist. Nike Pro Zeno. Guck mal, Leute. Ich will sie eine Frage stellen, ja? Hältst du das für richtig, was du da machst? Du trägst Kopftuch. Warum trägt man ein Kopftuch? Um Gottesfürchtiger zu werden. Um Allah zu dienen auf irgendeine richtig große Art und Weise. Aber man räumt, der Typ kann nicht mal Deutsch, ja. Du triffst dich mit einem Junge, gibst deine Sünde noch öffentlich und filmst dabei sogar noch, wie er dich von hinten packt und du auf seinen Rücken gehst und sowas. Zeigst dich öffentlich. Zeigst deinen Hintern. Zeigst alles, was geht und machst noch Spitz über diese Nike Pro, was nicht mal lustig ist. Wallah billah, das ist nicht lustig. Mädchen, du bist einfach eine Blamage. Wallah, du bist sogar peinlich. Digga, was machst du? Du trägst Kopftuch, Mädchen. Kopftuch. Und Wallah billah, das geht an alle Frauen, die Kopftuch tragen. Tut mir wirklich richtig leid, wenn ich so sehe, wie Frauen, die das Kopftuch sich schön, richtig schön bedecken und so. Sich wie eine Frau, die Kopftuch trägt, äh, benehmen. Und dann kommt so eine Zeyno und nimmt diese Kopftuch einfach so, als wäre das wie Hallo und Tschüss. Spanallah, ich schwöre bei Allah bei dir, Zeyno, frage ich mich wirklich noch, ob du Muslimin bist. Frag das mal deiner Mutter, Harun. Ja, wenn du schon so denkst, geh und frag mal deine Mutter. Frag das mal deine Mutter, was du ihr fragen möchtest. Frag das mal deine Mutter. Ulum, wie kannst du so sein, wenn bei dir zu Hause so oder so voll das Chaos herrscht? Ja, weißt du, was ich meine? Ich will das jetzt nicht indirekt ansprechen, aber du checkst schon, wenn ich so rede, ja, dann weißt du ganz genau, was ich meine. Schöne Grüße an King Hassan. Also, wer sowas macht, ne? Guck mal, du machst ja immer den hier, ne? Junge, Wallah, dass du keine Scham hast, du kriegst Kopftuchmädchen. Aber geh mal schlafen, Digga. Harun, du bist so ein Typ, du schickst Frauen mit Kopftuch, snaps von deinen Hoden am Röhm, willst sogar Bilder verdienen mit Mädchen, die, äh, ja, nicht volljährig sind. Ja, nimmst deren Bilder, willst sie verkaufen. Ja, dir diese Filme machst du, guck mal, wie krank der Typ ist. Und dann will er hier allen Ernsten sagen, wer ein richtiger Moslem ist und wer kein richtiger Moslem ist. Ja, ne, Sten Kimsen. Ja, ne, wer bist du? Ja, ne, Armin Arim Wallah, seien Dings, ne? Ja, ne, der denkt wirklich so, er ist jemand. Er denkt wirklich, er ist jemand. Er nimmt dich hier auf dieser Plattform ernst, Hand aufs Herz. Ein Kind, Leute, die hat mich grad beleidigt, also ich hab mit ihr geschrieben. Leute, benutzt das hier, benutzt das hier. Wenn ihr viele Pickel wegmachen wollt, benutzt das hier, Anti-Pickel. Das ist das Beste. Damit hab ich mein ganzer Haut wegbekommen, mein ganzer Pickel. Leute, diese Zeyno, ne, sie hat mich grade beleidigt. Sie hat mich grade beleidigt, ich hab mit ihr geschrieben. Sie ist ein kleines Kind, ich schauf alles diese Sehnung. Ja, natürlich hast mich beleidigt, Junge, du bist ein Kind, Mann. Ich schauf alles, dir kann keiner mehr helfen, Junge. Oh je, Mini, ja, würde ich auch sagen. Junge, dir kann man nicht mal mehr helfen, Mädchen. Du bist ein Fall für dich selber. Dir kann nur noch einer helfen, von dem... Was ich mich jetzt frage, Harun, hast du von ihr einen Korb kassiert? Oder wieso hängst du an ihren Eiern? Was willst du von diesem Mädchen? Ja, sie hat doch noch nicht mal Hype. Was willst du von ihr? Warum, wofür machst du das? Warum machst du das? Hast du einen Korb von ihr damals kassiert? Oder warum hängst du an ihren Eiern? Lass das Mädchen doch mal in Ruhe, ja? So ein Playboy, Leute, ne? Pff, boah. Ei, Momo, einmal bei dir rein. Einmal bei dir rein. Einmal. Ein... Ich schauf alles danach nie wieder mehr. Nur einmal. Ein, ein, ein... Ein einziges Mal. Einmal rein. Ein einziges Mal. Ein einziges Mal. Ein... Einmal. Nur einmal. Ein... Ei, Leute, kennt ihr diese Anti-Pekill? Ich schauf alles, dass es gut. Ei, Leute, macht mal diese Hüte hier oben voll. Diese Hüte hier oben. Mach mal diese Hüte voll. Wir brauchen 19 Hüte. Jeder der einschickt, ich glaub' ein Plus. Hier, das brauchen wir. Diese Hüte. Ich schauf alles, die sind wichtig für Ringplatzierung. Die sind wichtig für Ringplatzierung. Harun, du solltest wissen, dass es in unserer Religion nicht erlaubt ist, Spenden zu sammeln und es in die eigene Tasche zu stecken, sein Lifestyle damit zu finanzieren, das ist nicht erlaubt. So, du bettelst gerade auf einer Plattform, damit die kleine Kinder spenden und mit dem Geld lebst du dann ja nicht deinen Lifestyle. Du gehst nicht hin und gibst das an Bedürftige oder so, das machst du ja nicht, du willst einfach nur dein eigenes Leben damit finanzieren. Du weißt doch ganz genau, dass das haram ist, du weißt doch ganz genau, dass das normalerweise nicht erlaubt ist. Aber egal, mach mal weiter, mach mal weiter, ist ja cool, alles ist cool, mach ruhig weiter, mach mal weiter, du möchtest gehen, Hoca, ne, weil ihr hier andere verurteilt und so. Selbst das, was du machst, ist nicht erlaubt. Du kannst nicht zu jemandem hingehen und sagen, du bist kein Moslem, nur weil sie ein TikTok-Video hochgeladen hat, wo der Freund sie umarmt. Ob ich das jetzt cool finde, was sie da gemacht hat, natürlich nicht, ist aber auch nicht meine Baustelle, juckt mich nicht, geht mich auch nichts an, aber wenn ihr Freund sie umarmt in einem TikTok-Video, dann soll er sie umarmen, was juckt mich das? Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt 30 Videos gegen sie drehen, weil ihr Freund sie umarmt hat in einem TikTok-Video oder was? Du bist doch krank, Lang. Furzen! Ich mach Videos, wie ich furze. Stark, dann könntest du ja mit Benson zusammenfurzen. Kennst du Benson? Benson? Nein, nein, das ist besser. Das Benson, den kennst du nicht? Nein. Wer ist dieser Nune? Das ist eine coole Streamerin, ja? Die kennt man eigentlich, die war bei Big Brother. Achso, ja, doch, doch, die immer isst und so, ne? Genau, die haben immer am Essen ist, die immer am Schmacken. Soll ich warte schreien, Ume? Und dann... Kennt ihr Matsu? Achso, ja, achso, egal, egal, scheiß auch. Und dann... Gar nicht Deutschland kennt ihn, ich weiß aber nicht, womit man ihn kennt, weil ich kannte ihn nicht. Ich war einmal mit dem live, dann wollte der, dass ich den blocke und dann hab ich den geblockt, den Typen, obwohl ich den gar nicht kenne. Also, zu mir hat der, also der hat ein bisschen gestichelt an dem Tag, aber jetzt sowas Schlimmes hat der nicht getan, bin ich ehrlich. Diese Yenge hier, ne? Yo, Yenge, du hast doch schon graue Haare, ich küsse doch deinen Kopf. Wieso gehst du live auf TikTok und vor allem mit einem Haar rum? Ich küsse doch deine Augen, du bist eine Frau, die man normalerweise respektieren sollte. Naja, also ich respektiere dich auch, um Gottes Willen, ne? Nicht falsch verstehen. Aber bitte, 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 tu mir einen Gefallen, geh doch nicht auf dieser Plattform live. Wallah, da sind doch nur Vollidioten, ne? Was hast du da zu suchen? Ich küsse doch dein Herz. Du siehst so aus, hättest du schon... Ach Kinder, ich küsse doch dein Herz, Wallah, ich küsse dein Herz. Dann geht die auch noch live mit einem Haar rum. Nein, du hattest Stress mit Dudie, dann hast du mich auch beleidigt, weißt du? Ja, das war mir, Dudie war ja ein bisschen zu viel am Hetzen, weißt du? Tut mir leid. Ich kenne dich ja gar nicht. Oh, wie soll ich ihn holen? Der ist nicht mal live, glaube ich. Dudie ist nicht live. Ey, stimmt das? Ist der jetzt auf der Blackliste? Ich meine, dass ein paar Accounts von ihm... Ich war ja vorgestern mit dem live. Dass ein paar Accounts von ihm gesperrt wurden, habe ich ja mitbekommen. Aber während jetzt alle Accounts von ihm gesperrt wurden, TikTok geht langsam unter und das merken die auch gerade hier. Diese ganzen Creator haben langsam richtig Eier flattern. Zum Glück habe ich mich nie abhängig machen lassen von einer Plattform wie TikTok. So, naja, die sind alle abhängig davon. So, die müssen jeden Tag live kommen. Guck mal, eine Gülo. Die ist ein Mythrückstand, die kann gar nichts mehr machen. Die ist... Ja, die ist entschuldig. Deswegen heult sie doch rum, wenn es keine Spender gibt. Und dann bleidigt sie darauf in ihrer eigenen Community. Außer man bitte zu solchen Menschen sagen, jetzt macht das Herz. Ich wusste nicht, dass ihr beide so sensibel seid. Man muss ja mit der Der Türkei schämt sich für dich. Ey Yasser, kannst du dem da oben bitte mal sagen, dass der aufhören soll, mich anzuspucken? Warte, schmeckt nach Schwein. Hast du Schwein gegessen, Umut? Hä? Hast du Schweinefleisch gegessen? Junge, das ist so traurig, ne? Seine Eltern sind Muslime und er stellt sich vor die Kamera und macht diese Filme. Ja, nee, indirekt schießt er einfach gegen seine eigene Familie, Bruder. Der Typ ist krank. Guck mal, Umut, Bruderherz. Reg dich gar nicht auf wie bei ihm. Hör auf, deinen Mund irgendwie dreckig zu machen für so einen. Scheiß drauf, Bruder. Das bringt nichts bei so einem. Der Typ ist krank. Nein, aber jetzt mal im Ernst, Umut. Ich habe gehört, du bist auch aus Nürnberg und ich habe Angst bekommen. Deswegen chill, bitte. Von allen hier TikTokern mochte ich dich am meisten, ja? Also alle sind mir unsympathisch, aber du warst der Einzige mit noch ein bisschen Ehre und ein bisschen Moral und ein bisschen Charakter und so, ne? Irgendwie so ein bisschen Sympathie, aber dann hast du angefangen, dir so irgendwie so ein Ringlichter zu kaufen und dir so ein RGB-Light und was weiß ich nicht, was hast du dir so ein Setting aufgebaut? Da dachte ich mir, Junge, halt, irgendwas für eine Parallelwelt will der Leder eigentlich. Aber Ullmann, wer bist du, wer soll dich respektieren mit deinem Equipment? Hä? Ullmann, Ullmann, was ist denn dein, was ist denn dein Content? Ja, es hat Werder, der hat scheiß über dich gelabert. Alles gut, alles gut, Ullmann, was ist denn, was ist denn dein Content, Ullmann? Ich hänge hier einfach nur so ab, genauso wie ihr. Ach nein, du machst... Bist du das da in der Mitte hinter dir? Ja, das bin ich, das hat die Ex-Mail-Klima von mir. Ullmann, bist du schwul? Nein, nein, ich stehe auf Frauen. Echt? Ich dachte, du bist schwul. Nein, nein, ich habe gehört, du willst mir die Niemka streitig machen. Die Niemka würde dich nicht mal mit der Zange anfassen. Ich habe, ach, ich glaube, so eine Frau wie sie würde mich anfassen. Wenn du einen ordentlichen Batzen hinwerfen würdest, hättest du auf jeden Fall Gülow und Niemka. Nein, Doppelpack so. Ja, nee, wenn du Batzen hast. Nein, Mann, Spaß beiseite so. Ullmann, du bist einfach wirklich ein Mensch, du bist eine arme Seele. Du tust mir wirklich leid. Du tust mir leid. Weil du bist ein Mensch, du wolltest einfach Aufmerksamkeit. In deinem ganzen Leben wolltest du einfach nur Aufmerksamkeit. Du wirst in deinem Leben niemals erfolgreich werden. Vor allem nicht mit so einem Content, mein Freund. Du wirst niemals erfolgreich werden. Und das sage ich dir in einem ruhigen Ton. Ich kann auch ruhig reden. Ich kann auch anständig reden. Ich versuche mich gerade ein bisschen unter Kontrolle zu bringen, sodass hier gleich nicht was rauskommt. Aber du bist auf jeden Fall ein ganz, ganz schlimmer Mensch. Was heißt Immo? Aus seine Frau wie ich. Was ist los? Eine Königin natürlich im Niemka. Immo, auf der Habe ich halt seine Mutter. Annick Immo. Annick Immo. Hey. Bist du aus Niembeck? Bist du aus Niembeck? Ganz kurz hat der Ohmut Prozente, weil dann, dann mache ich mich nicht mehr lustig über ihn. Wenn der Ohmut Prozente hat, mache ich mich nicht mehr lustig über ihn. Natürlich habe ich Prozente, bist du nur aus Niembeck. Niemka, ich vertraue dir. Hat er Prozente oder nicht? Ey, Tchema jetzt ein bisschen. Aber warum hast du vorhin gegen meinen Crush so geredet? Ja? Du meinst Yasser? Ja. Ja. Was hast du gegen ihn? Das kann doch nicht wahr sein, dass er dich mir ausspannt. Was soll das? Nee, das war schon vor dir, also misch dich nicht ein. Hör zu, warum hast du vorhin so scheiße geredet? Ich kriege dich wieder zurück Niemka, ich schwöre bei Allah. Sei leise jetzt. Hör auf damit, man. Mit was soll ich aufhören? Ja, weiß ich, aber rede deutsch, wir sind hier ein deutscher Streamer. Alles gut in Deutschland, dies, das, ananas. Er sagt gerade zu mir, Junge, du verdienst hier nicht mal Geld, warum machst du das hier? Ich mach das hier nicht für Geld, Junge. Du Hund, ich mein, dadurch verdienst du nicht mal Geld, du verdienst nicht mal Geld, warum... Richtig, ich verdiene kein Geld. Aber warte, warte, was machst du das? Warte, warte, warum tust du Islam so schlecht? Deswegen hab ich ja gefragt, was ist dein Content? Ja, der Typ hat noch nie richtig Aufmerksamkeit bekommen. Nie im echten Leben, auch nie in der Gesellschaft, auch nie im Öffentlichen. Der Typ hat nie richtig Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt dachte er sich, komm, ich experimentiere mal. Wie kann ich die Menschen triggern? Und er wusste ganz genau, mit welchen Sachen er die Menschen triggert. So, der Typ hat insgeheim, glaube ich, nicht mal ein Problem mit uns. Der Typ hat eigentlich, glaube ich, gar kein Problem mit uns. Er möchte aber einfach nur die Leute zu sich ziehen. Er braucht Aufmerksamkeit. Er braucht das, Bruder. Er hat es noch nie von seinen Eltern bekommen. Ich will gar nicht wissen, wie sehr sie unter dir leiden, Alter. Echt, der will sich hier positionieren. Anik, Immo. Ja, Umut, jeder respektiert es. Du bist der krasseste von uns vieren hier, Mann. Du bist der heftigste. Ist jetzt gut? Dankeschön. Woher kommst du? Aus welcher Stadt? Nürnberg. Niemals. Yazid, wenn er hier wohnt, ich fahr jetzt zu ihm. Ich fahr jetzt zu ihm bei Allah. Leute, also ich habe aus Versehen, habe ich es gedroppt. Also ich wusste nicht, dass Umut auch aus Nürnberg gesagt hat. Du wohnst niemals in Nürnberg, Mann. Du wohnst niemals in Nürnberg. Ich habe dich nirgends gesehen hier, nie. Okay, wo wohnst du denn? Sag doch genau wo. Also Yasser Abou-Chaka, der Bruder von Arafat Abou-Chaka, fragt mich gerade, wo genau ich wohne. Also ich weiß nicht, das klingt für mich irgendwie nicht so nach einem guten Deal. Das heißt, du hast Vorurteile. Also wenn ein Yasser fragt, wo du lebst, dann heißt es nichts Gutes, mein Freund. Vertraue mir mal. Wenn Yasser fragt, wo du bist, wo du wohnst, dann sieht es nicht gut aus. Also ja, natürlich. Ich habe mir meine Meinung schon gebildet aufgrund der RTL. Spiegel TV Reportagen, ja. Spiegel TV soll beide reichen? Ja, mit Booster mal drei sogar, ja. Anik Immo, Anik Immo. Ich verstehe deine Hammerlack-Sprache nicht, Junge. Rede Deutsch mit mir. Also dann stehst du auf, also dann bist du auch so ein Lügner wie die. Er kommt aus Krellsheim, Krellsheim. Ja, richtig? Bist du auch so ein Lügner wie die Spiegel TV und so? Also mit dieser Frage, Yasser, suggerierst du ja, dass RTL und Spiegel TV ein Lügenverein seien. Richtig. Das stellt Hetze dar, das stellt einen Straftatbestand dar. Das ist übernachredet. Er hat mich seit Jahren gehetzt. Was ist daraus? Du brauchst mich nicht anschreien, Yasser Abu Thakr. Schrei mich nicht an, Alter. Ich höre dich ganz gut, ich habe Kopfhörer in meinem Ohr. Ich schwöre bei Allah, mach deinen Finger runter. Hier, was geht? Der Umar, der so witzig ist schon. Ich mag den voll. Der Hampel, der ist, dass du mich mögen sollst. Aber du hast einen Sonnbrand, Alter. Warst du einmal draußen in deinem Leben, hast du jetzt Sonnbrand in deinem gesehen? Aber, Yasser, du hast nicht schwul. Also da kannst du vergessen. Ich weiß, Yasser, was kann ich vergessen? Er ist nicht schwul, such dir was anderes. Kein Ding, ich stehe dir auf Nenka. Weil du hast da hinter dir, da zwei Fahnen hast du da. Ja, Flaggen. Das sind Flaggen, keine Flaggen. Genau das passt zu dir, Wallah. Danke, Yasser. Genau das. Das von dir zu hören, das ehrt mich. Ich schäme mich, ich schäme mich, weil das ehrt tückisch. Ich schäme mich auch, Umut, glaub mal. Also er schäme sich selber, tückisch zu sein, sagt er hier gerade. Heftig, Alter. Also was soll man bitte noch zu so einem sagen? Jetzt mal Hand aufs Herz. Deine armen Eltern, Wallah, du kannst einem nur leid tun. Du kannst einem nur leid tun. Deine Eltern tun mir leid. Du tust mir gar nicht leid. Deine Eltern tun mir leid. Ich schwöre auf alles. Wie sehr müssen die unter so einem Jungen leiden, Alter? Der eigener Sohn schießt gegen euch so. Wie kann ein Sohn gegen seine Eltern schießen? Oder kein Pfund, die benimmt sich so. Ja, alle Türken schämen sich für sowas. Wallah. Sowas? Was bin ich denn? Ein Haywan? Türken sind stabile Menschen. Ein Haywan ist besser als du. Besser als du. Bin ich jetzt ein Tier? Besser wie du und besser als du und besser wie, 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 wie alles. Jasser, 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 wie du und als du soll bei ihm reingehen. Ja, Mann. Das, ey, jetzt hast du was gedroppt, Umut. Krass, Alter. Jetzt haben wir alle Respekt vor dir. Boah. Bein rein mit Booster mal drei, Alter. Du bist so heftig, Umut. Schon wieder spuckt er mich an, Alter. Schweinefleisch. Der hat so einen Mitteilungsdrang. Was ist das für ein Ego, Junge? Hast du Angst, dass ich dir irgendwas wegnehme? Was ist mit dir? Was ist denn mit dir? Sorry. Ja, und jetzt rennt dein Papi hinterher. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Doch, du gehst eh. Ich gehe nicht lang. Dauert nicht lange, dann rennst du auch weg. Ich kenne euch doch. Passt schon. Alles gut. Ihr rennt alle von mir weg, weil ihr wisst, was für ein Typ ich bin. Heul nicht rum jetzt. Heul nicht rum. Heul doch. Warum machst du das? Heul doch, Junge. Warum musst du, warum musst du? Komm, komm, Nürnberg. Komm, 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 Nürnberg ist meine Stadt, Junge. Hast du mich verstanden? So einer wie du wohnt nicht in Nürnberg. So wie ich mitbekommen habe, sind seine Eltern sehr gläubig und so. Und er denkt mal nach und dann geht der Sohn hin, macht im Netz solche Filme. Junge, das ist doch traurig, Alter. Was ist mit der Gesellschaft passiert, ja? Was ist mit der Menschheit los, ja? Walla, das ist doch nicht mehr witzig. Das ist einfach nur traurig. Ja, meine Freunde, was soll ich euch noch dazu sagen? Schreibt mal bitte eure Meinung in die Kommentare. Lasst Like da auf. Ein Abo würde mich natürlich freuen. Passt auf euch auf. Macht keine Scheiße. Und haut rein. Ja, es stimmt. LeCiaco hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Milli zwischen Bauch und Hosenbund.